Das heißt, ich muss auf die andere Flussseite. Höhle, Baumhaus, Brücke, Fluss. Und das ist ein Bach, eher kein Fluss. Nur beim Flüsschen. Kann man gut sagen. So, dann mal auf ins nächste Gebiet. So, wegzuhalten. Worum geht es denn? Gut. Wie ihr wünscht. Okay. Ich bin mir jetzt echt nicht sicher. Gab es noch einen fünften Mantelwald? Weil man das Meinung ist, es gab vier Mantelwaldabschnitte und dann... Hamadriade. Okay, die ist jetzt langsam nervig. Okay, die ist jetzt langsam nervig. Wie weit läuft die weg? Wie ihr wünscht. Ähm... Na, nehmen wir am besten gleich einen Heidungs-Elix hier. So. Worum geht es diesmal? Worum geht es diesmal? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. So. Hat jetzt die Triade oder die Spinne fast keine Erfahrungspunkte gebracht? Also nur 450. Ganz ehrlich, wenn es die Triade war, dadurch, dass die so saumäßig nervig war gerade eben. So. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So, wieder eine Riesenspinne Rote Riesenspinne Diese Weltverbesserer kotzen mich an! Ist gut gegangen Ja, Minen sind da Wir sind also im letzten Teil des Mantelwalds Und die Cutscene ist tatsächlich ausgeblieben Vox Worum geht es diesmal? Ja? Ihr braucht nur zu fragen Oh, wieder Linswürmer Lasst sie uns ordentlich verdreschen Ein totes Linform-Baby Noch ein Linform-Baby Sänger der Nacht Gebt mir Kraft Wie kann ihr braucht nur zu fragen? Wie kann ihr braucht nur zu fragen? Gut Schnell und schmerzlos Ja? 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 Wie kann ihr was? Ja? 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Uuuh, das war knapp Ich gehe wohin ihr wollt Und Assfresser-Tote und Pferde und Kühe und auch Menschen, wenn ich richtig sehe Oh ja, ein Stab der Furcht, den brauchen wir unbedingt nicht Worum geht ihr braucht nur zu fragen So, dann können wir wieder Haus hier und hier oben, dann können wir wieder Haus hier und hier oben noch nach Okay, da ist noch ein Lindwurm-Baby Das wird kein schneller Tod Das wird kein schneller Tod